Musik Mensch, also, da bin ich ja gerade noch mal rechtzeitig gekommen. Ja, schön, dass ihr alle schon da seid. Ich hoffe, ihr habt alle bequeme Kleidung an. Jetzt geht's los. Die Sportsession Bleib fit mit Brit. Brit, das bin ich. Entschuldigung, hast du gerade gesagt, fit mit Brit? Also hier findet doch jetzt heute ein Konzert statt. Wach mit Bach und nicht fit mit Brit. Aber sportlich wird's bei uns heute auch, sportlich-musikalisch. Brandenburgische Konzerte, ja, die hören wir. Wir sehen uns an. Johann Sebastian ist ein Supermann. Musik Das ist Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Ach, den Namen hab ich schon mal gehört. Aber sag mal, ey, die Friese, ja, die ist ja wohl voll der Hammer, ja. Hier so überall so locken, locken, locken und so. Ah, da hab ich schon jemanden gefunden. Aber sag mal, gibt es denn noch etwas, was ihr alle nicht ganz so toll findet? Schlafen geht. Schlafen geht. Lieber Papa, Papa, muss ich glücklich schon ins Bett. Noch ein bisschen spielen, wenn dich auch ganz nett. Ich will noch nicht. Lieber Papa, lieber Papa. Mama, lieber Papa. Musik Dann würde ich jetzt ja gerne so zum Abschluss dieses Festa-Musicale mit La Festa-Musicale und mit euch, dem Publikum, würde ich gerne nochmal so eine richtige Sport-Session hier einlegen. Untertitelung des ZDF, 2020